So Leute, grüß' euch erstmal. Ne, 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 warte, warte, warte. Ich glaub, ich hab's ausgemacht. Ne, doch nicht. Was? Nicht aus, Alter. Nein, nicht aus. Mach weiter. Gut, so Leute, grüß' euch erstmal. Und zwar geht's heute wieder um den Stream natürlich. 18 Uhr, eure Zeit wieder. Machen wir. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach genau. Ich zieh' ja in ein fremdes Land, sowas wie Portugal, und dann komm' mal hier. Und denk' mir so, ja, ist schön am Meer, die Pollen kommen auch nicht und gibt's hier gar nicht und sowas. Und jetzt guckt euch das mal da unten an. Irgendso'n... Das da ist sowieso illegales Gebiet. Die Leute, die hier wohnen, sagen, die da, die da wohnen, wohnen illegal auf irgend so'n Armee-Gebiet. Also das gehört der Armee, das da unten alle ist und die dürfen eigentlich gar nicht sein. Und die da bauen auch noch so'n scheiß Feld an mit Gras und das... Durch den Aufwind in der Schlucht kommt das genau auf meine Terrasse hier. Und somit hab' ich hier doch Pollen. Und das fuckt mich ab. Gut. Das wollte ich sagen. Und was noch? 18 Uhr. Ach genau, und ne Twitch-Gruppe. Diese Affenglaube-Community-Sache hab' ich jetzt geöffnet. Hab' ein paar Leute eingeladen, ein paar Streamer. Zwei haben angenommen. Boah, das blendet mich hier so sehr, dass ich hier eigentlich mit Augen zureden könnte, ey. Ah ja, WolfsKing und Ego-Trip-Community haben bis jetzt angenommen. Und ein paar andere könnten wohl noch folgen. Aber das werden wir dann sehen. Ich verlinke die beiden Fratzen mal hier auch jetzt unter diesem Video. Aber mehr wollt ihr auch eigentlich gar nicht sagen. Nur, dass ich hier auch die Pollen abkriege leider, ey. Nur dieser eine Fleck ist hier an Feld und der ist genau vor meinem Haus, ey. Ja, 18 Uhr Stream. Wir sehen uns gleich, Leute. Hau da rein und bis demnächst.